Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Demonstranten blockieren Auto von Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt. Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt von Demonstranten belästigt und Die Bundestagsvizepräsidentin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, wurde kürzlich durch Demonstranten bedrängt. Mehrere Personen versuchten, sie während einer öffentlichen Veranstaltung zu beunruhigen und zu provozieren. Dabei richteten sie abfällige Äußerungen und sogar Beleidigungen gegen die Politikerin, was die Polizei dazu veranlasste, einzugreifen. Die Art und Weise, wie die Demonstranten agierten, wirft ernste Fragen zur politischen Kultur und zum Umgang mit Meinungsverschiedenheiten in unserem Land auf. Ist es gerechtfertigt, eine Einzelperson aufgrund ihres politischen Engagements dermaßen zu belästigen? Sollten wir nicht eher den konstruktiven Dialog und die sachliche Auseinandersetzung mit anderen Meinungen fördern? Diese Vorfälle sind nicht die ersten ihrer Art. In der Vergangenheit wurden auch andere Politiker, darunter die Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, von Demonstranten bedrängt. Solche Handlungen erzeugen ein Klima der Angst und der Intoleranz, das unserem demokratischen System schadet. Die Polizei ermittelt derzeit, um die Verantwortlichen für die Belästigungen zu identifizieren. Es bleibt zu hoffen, dass sie schnell zur Rechenschaft gezogen werden und dass Maßnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass solche Vorfälle in der Zukunft erneut auftreten. Auch aus dem Bundestag kam Unterstützung für Göring-Eckardt. Viele Abgeordnete verurteilten das Verhalten der Demonstranten und betonten die Notwendigkeit, die Meinungsfreiheit und die Würde aller Personen, unabhängig von ihrer politischen Überzeugung, zu respektieren. Dieser Vorfall macht deutlich, dass wir in unserer Gesellschaft ein Umfeld schaffen müssen, in dem alle Personen unabhängig von ihrer politischen Meinung sicher und ohne Furcht vor Belästigung oder Diskriminierung diskutieren können. Verfasserin Anita Farke Donnerstag zum Mai 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. ную die 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 Untertitelung des ZDF, 2020